wird gestartet was geht ab leute herz kommt zu einem neuen video und zwar heute wird gestartet was geht ab leute herz kommt zu einem neuen video und zwar heute spielen wir wieder gestartet gut leute das passt wir sind live und ja leute herz kommt zu einem neuen video und zwar heute spielen wir ja etwas ganz anderes heute werden wir das modpack weitermachen von unserem neuen projekt was bald starten wird und zwar meingriff anfangen ja leute das wird eine neue serie das wird die kirche misage die fängt jetzt mit anfang an und dann wird die einfach wieder immer weiter gemacht nur halt mit anderen mord und mit allen anderen sachen ja und ich habe gerade noch die modpage ja leider wir waren gerade hier stehen geblieben und ja dann holen wir mal rein schlüssel dann würde ich gerne mit reinnehmen weil schlüssel ist mir geil den kann man auch reinnehmen ja leute dann werden wir auch noch gehen mord fest die mord festen und sollten es auch fehler geben werde ich dann mal gucken so anzule 1.10 ja leider ich habe alles die drinnen nun gefangenen ja leider hier hat sich das schon hier ist der das ist dann für den für den meingriff brauche wir werden dann auch noch ich werde dann glaube mal fragen also fortal habe ich das schon geleistet aber ging so richtig nicht deswegen ja deswegen habe ich das jetzt so halt ja Quark ist eigentlich auch ganz cool Leute man hat jetzt viele neue Sachen würde es auch rein machen na es gibt auch die Ideenplatten es gibt es noch, hier gibt es hier gibt es sehr viele viele Fliege die sehen auch mega geil aus und ja es gibt ja auch diese verschiedenen und die verschiedenen Betten, das ist geil dann haben wir hier noch, hier in der Welt haben wir hier noch geraten schiff und so was und so was vor mein na Autoreg brauche ich Autoreg brauche ich Autoreg Autoreg ja Leute, ich werde auf jeden Fall Hytale spielen ihr habt ja schon viele na es gibt ja jetzt schon viele Sachen über Hytale wir wissen zwar noch nicht wann es rauskommt aber wir werden auf jeden Fall ja auf jeden Fall ja wir werden es auf jeden Fall dann sehen oh ja Leute Enchanting Plus ja hier kann man halt hier muss man halt dafür zwar sehr viel fahren aber weißt du was das coole ist wir haben sogar noch so aber weißt du was das coole ist halt wir haben eine Mod drauf da ist halt so Battle Towers da können wir einfach wir können einfach alles an schon direkt bekommen also das ist eigentlich schon easy mit dem Mod zu alles hinzukriegen ja Bookshelf brauchen wir noch Bo Bookshelf Mat ja ja so ja wir brauchen die 1.10 ich ich mache jetzt noch nicht auf 1.7 oder so vielleicht später irgendwann mal verstanden oh Gott ja 1.10 fängt ab hier an das ist die neueste Version das ist eine das anders als alles Alphas deswegen werde ich hier mal das hier downloaden so gut custom loot so wir was machen wir denn noch wir können auch was im Chat schreiben was wir rein machen was wir rein machen Gott kannst du ein bisschen das mache ich jetzt nicht rein oder ja Leute für ein Roleplay Leute das ist jetzt aber nur für ein Roleplay Leute das werde ich auf screen immer machen Leute ja Leute auf screen ich werde auf jeden Fall so eine kleine Geschichte reinbringen so das habt ihr aber genug gesehen davon dann lasst uns mal weiter gucken Deko Quaffro schnell ich hab oh ich liebe den Mod oh lecker mhm lecker ja irgendwie braucht man jetzt den Schüssel ähm den irgendwelche anderen aber aber Leute guckt euch das mal an oder das hier oder das sieht so geil aus oder dieser springen oh Leute ich kann mal mit dem alles machen mal gucken wieviel Mods das am Ende wird aber meistens hab ich immer den Crash dass das Ding nicht mehr reingeht und dann habe ich ein Problem ich warte dann vielleicht noch von Nikopo was von den Mods mit reinmachen oh Backpacks oh Leute Backpacks brauchen wir Backpacks ohne Backpacks soll ich nicht mal leben Backpacks brauchen wir auch vor allen Dingen wenn man dann diese Dinger und sowas nutzen oh Gott danke es gibt 94 oh ja Iron Chess Mod Leute ich brauche mehr Platz in meinen Kisten Leute bis jetzt habe ich immer sehr viel in meinen Kisten das ist schon das ist schon selber nicht ich komme deswegen wenn ich nur noch solche Holzkisten benutze dann brauche ich Millionen davon und das will ich ja nicht ich will ja die in einzelnen verteilen und müssen so viel Bibliocraft gibt es überhaupt in warte mal kurz ich guck mal kurz äh äh ich nehme jetzt einfach so eine warte mal hab ich Mods drinnen weil wenn ich davor noch Mods habe dann gehts nicht äh Minecraft Minecraft Mods oh Prost damit Ah Leute, das hätte ich ja alles gekonnt. Ah Leute, das hätte ich ja alles gekonnt. Einfach sollte ich gleich starten. Seht ihr es noch? Ja, das seht ihr noch. Ich werde schon eine Minecraft-Klärung wandeln. Oh Leute. Wir haben hier kurz noch Bild. So Leute. Ah. Nice. So Leute. Jetzt haben wir Minecraft drin. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Warte mal kurz. Ich gucke mal kurz in die Live-Chat. Ich gucke mal kurz. So. 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 Leider. So. 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 Gott, danke. Ja, Leute. Ja, ich gucke mir auch, Lisa. Lisa, also, ähm... Ich will können dann gar nicht später dann, ähm, dann, wenn ich schon fertig bin. So, wenn, ja, komm und dann... Ich glaube, das bauen, das ist mal weg, Leute, heute. Und ja, Lisa, ähm, wir können dann auch spielen, ja. Ja, kann man machen. So, weiter geht's, so. Gott, 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 Gott. Och, Gott. Ja, Leute, das ist eigentlich so. Ja, Lisa, ich habe von uns fortgeschrieben, ging aber nicht so gut, deswegen mache ich jetzt so. Minecraft. Ja, ich muss mal kurz, ich muss ja immer mal was. Stimmt, ich glaube, diese Toolkombis, ja. Oh, man kann das Stein und Ding, ja, kann man... Äh, Steinbogen. Tira, okay. Okay. Auf jeden Fall alles nicht von dem Englischen. Gott. Nee, 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 nee. Ich kann zwar damit... Ich kann zwar damit... Das ist mir auch letztes Mal passiert. Ja, Lisa, hier... Ja, bis das hier... Hier gibt's irgendwie solche... Tools, die man zusammenstecken kann, auf jeden Fall. Und, ja, das war's das eigentlich. Oh Gott. Viel zu viel auf. Oh Gott. Zack. Tools, Kambi. Ja, jetzt kannst du doch mal sehen, Lisa, wie man Mods reininstelliert eigentlich. Das ist eigentlich auch gut, so. Ich hab schon letztes Mal das Gefühl gehabt, es soll... Oh, nein, 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 nein. Das! Nein, nein, nein. Oh, nein, Leute. Gar nicht gut. So viel Werbung in meinem Stream, Mann. Nein, 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 nein. Nein, nein. 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 Why the... Oh Gott, nein, nein. Now in the world is... Oh Gott. What the... Huh? It turns off. What the fuck? Oh, es soll ich denn Sachen... Was, was... Nein, 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 nein. within not philisriminate. Sie entzündet ihr hier hast. Assault geht nicht mehr los bei US. Nee, 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 nee. Ich glaub' das saint-g fourteen CNMot. Er dre momencie mich, und wenn ich so auf dem Handy oder so spiel ... Sachen machen Arbeit und dann ... wenn ich weiß, dann würde ich auf jeden Fall sagen. Da kommt ein Schönener ... Schöner String. Die interessieren mich alle nicht. Die habe ich auch bis jetzt immer noch nicht gespielt. Nein, kein Austro. Nein, 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 nein. Leute, soll ich die X-Wall-Mod mit reinbringen? Was denkt ihr? Ah, Herr Zirnzy in 2007 hat das dunkle Bild wegzumachen. Und was war das? Ja, Leute, das war, weil ich ja mein, ähm, ich habe ja hier meinen OpenPodcaster, ne? Mein OBS und da hatte ich auch Spiele und auf Minecraft. Und wenn ich Minecraft nicht mehr anhabe, dann kommt ein schwarzes Screen. Und das hatte ich schon mal in meiner Form. Leute, sollen wir uns... Oh, hat er Königchen. Hat er gemacht. OP-Items. Oh, ne, 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 ne. Wir spielen schön ordentlich. Nee, 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 nee. Ich mach nicht böses Böses. Sieg mit Wurms. Nee, braucht man nicht. Man, nee, man, nee, man, nee, man, nee, man, nee. Man, nee. So. Äh, und wenn's nicht gehen sollte, werde ich das dann, ähm, halt mal allein, offscreen machen, Leute. Also ihr könnt auf jeden Fall euch freuen auf die neue... Oh ja, das wird mir auch was erleichtern. Ich brauch solche Grabsteine. Und ne Grabsteine kann ich nicht leben. Weil, Leute, die können nur durch einer Schaufel zerstört werden. Und... Das geilste ist... Sollte ich... Ich hab grad zwei Zuschauer... Äh, okay. Aha. Ach, gut. Ja, Leute. Das Stream, der kommt erst ein bisschen zu später, aber... Also, der wird bei euch paar Sekunden später. Und auf jeden Fall den langsamer Modus ist aktiviert. Also, damit ihr nicht spammt, wenn ich jetzt, äh, live-spam bin. Wenn jetzt so ganz viele Leute kommen. Und mich so hart voll spammt, zum Beispiel jetzt so, wie bei Standardskill, ne? Die kennt ihr ja, den Standardskill, ja. Die, die Lisa brauch ich gar nicht, was anzusprechen. Die kennt die gar nicht. Ich kenn die an ihm nicht, wie die dann nichts weiß. So, zack. Zack, zack. Ja, ihr habt meinen Hintergrund gesehen. Das war schon... Ja. Nicht so schön, wie das Eis war. Leute, die Türen sind geil. Es gibt zum Beispiel eine Salontür. Eine Prisontür, die man nicht abbauen kann. Natürlich, das ist bitte, aber... Das will man ja nicht sagen. Ich werde doch niemals was abbauen. Ich glaube, ich werde Fortnite nie auf meinen Kanal bringen, wenn ich nicht meinen besseren PC habe. Ja, Leute, wenn ich essen bin, gibt es Fortnite-Videos auf jeden Fall. Bis dahin muss ich warten. Und ich kann doch heute Videos. Wuuuuh! Mhm. Ist die Zeit gekommen. Ja. Aber da bin ich nur alleine. Oh, ne. Oh, ne. Keine Pups. Oh, Gott. Äh, hast du ne... Irgend... Wie, da schreib mal was im Chat. Wenn du dort bist. ...videos. Wuuuuh! Wuuuuh! Wuuuh! Mh, mh, mh. Ist die Zeit gekommen! Ja. Aber da bin ich nur alleine. Aber da bin ich nur alleine. Oh, ne. Keine Pups. Oh, Gott. Ah, hast du ne... Irgend... Irgend... Ist die Zeit gekommen! Ja. Aber da bin ich nur alleine. Oh, ne. Keine Pups. Ich dachte... Irgend... Wieso. Schreib mal was im Chat. Ja, Leute. Auf jeden Fall. Wenn du dort bist. Der Video. Wuuuuuuh! Das brauche ich nicht. Es ist die Zeit gekommen. Oh Gott, ich höre mich die ganze Zeit selber. Oh Gott, Leute. Tut mir leid, Leute. Leute, 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 Leute. Leute! Das war's. Das war, Leute. Bam, bam, bam. Nee, ich brauch kein Hängekletterer, oder? Hmm. Schreibt mal im Chat, ob ich den Open, äh, da wo die Hängekletterer sind, mir installieren soll, oder? Nee, also Lida, du bist bereit dazu. Ha, ha, ha. Gut. Bam, bam, bam. Ähm, bam, bam, bam. Ähm, ne, ich brauch kein Hängekletterer, oder? Hm. Schreibt mal im Chat, ob ich den Open, äh, da wo die Hängekletterer sind, mir installieren soll, oder? Nee, also Lida, du bist bereit dazu. Also Lida, du bist bereit dazu. Ja, ich brauch kein Hängekletterer, oder? Hm. Hm. Schreibt mal im Chat, ob ich den Open, äh, da wo die Hängekletterer sind. Ja, ich brauch kein Hängekletterer, oder? Hm. 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 Bam, bam, bam. Hm. Nee, ich brauch kein Hängekletterer, oder? Ach, kommt, Leute! Hm. Hm. Schreibt mal im Chat, ob ich den Open, ähm, da wo die Hängekletterer sind. Hm. Lisa, schreibt mal, bitte. Also Lida, du bist bereit dazu. Also Lida, du bist bereit dazu. Pfff. Mir ist es egal, ob du den Hängekletterer, äh, mitnimmst, ich würde es tun, damit du nicht fällst und stirbst. Na gut. Lisa, bitte. Nur, dass die am Wörter ist. Na. Ja, Leute, da, da, da ist auch einfach herzustellen, der Hängekletterer. Oh, komm, Leute! Oh Gott, schimpft hier eine Kooper drin. Ah, ja, Leute! Ach ja, Lisa, es gibt ja auch da, da ist auch die, das... Das goldene Ei! Da, wo Babykletterer immer rauskommt. Ja, das ist egal, ob du den Hängekletterer ist. Ja, das ist der Hängekletterer. Und dann gibt's auch noch diese kleinen Flügel, die brauchen wir nicht. Da geht's! Lisa, wieso? Nur, dass die am Wörter ist. Gott, leider. Ja, Leute, da, da ist auch einfach herzustellen. Oh, komm, Leute! Oh Gott, schimpft hier eine Kooper drin. Oh, ja, Leute! Ach ja, Lisa, es gibt ja auch da, da ist... Oh, komm, Leute! Ach, Gott, Leute! Das war mir viel zu viel, meine eigene Stimme zu hören. Ja, ich... Hauptsache, dass Stream läuft flüssig, oder? Der ist gelb! Geht ein, schlau... Ein Zuschauer! Oh! Hm... Da kam ein Zuschauer hinzu... Zwei... Drei... Zwei... Und wieder eine. Ja, Lisa, du bist wieder eigentlich die Einzige, die... Ich höre den Stream doppelt. Ja, ich weiß, du hast den Stream doppelt. Das ist mir... Das ist mir bewusst. Ich hab's doch auch schon gemerkt, dass du den Stream doppelt hast. So, jetzt gehen wir mal weiter. Na... Na... Nein, ich brauchte keine zu viele Pick-Axis! Was willst du von mir? Sch... Gut, Box! Nee! Oh, nein! Das Fashion-Mod! Oh, Gott! Ich will nicht fashion werden! Ich werde mich nicht umkleiden! Ähm... Inventor... Inventorisch, oder? Okay! Inventorische Gebühren! Es kommt nicht rein! Das ist mir viel zu bunt! Oh Gott! Oh Gott! Hm... Ja... Gott! Ich weiß nicht, was ich reinnehmen soll. Ja, na, Gott. Aber ob ich das reinnehmen soll oder nicht, die meisten Memes. So heißt das! Minecraft Meme. Ja, das suche ich. Also, falls die wissen, wie das heißen könnte. Dann schreibt in den Chat. Ich warte mal gucken. So. Ach so. Ist ver... Ja, ist eigentlich mein so erster richtiger Stream, da lange geht. Mal gucken, was willst du weitergucken? Oh, man, ey. Ich brauch du... Oh, nein. Mein Little Pony. Was schreibt der mir hier? Oh, Gott. Ja. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, Lisa? Na toll, Lisa, danke für diese wunderbare Compilation. Wie du mir. Wie du mir. Ach so, jeden Mann piept dein Handy. Ja, das habe ich nicht mitgemerkt. Ich habe es erhalten. Und warum? Warum? Schiebst du mir? Ja. Aber danke. Ja, Mann, ey. Ich finde ihn nicht. Oh. Lucky Blocks. Schreibt Hashtag Lucky Blocks in den Chat. Dann seid ihr einer der Lucky. da seid ihr einer mit der Technik Gang, ähm, die Gamer Gang. Ja, Leute, das ist mein, meine Gang. Schreibt alle Hashtag Gamer Gang in die Kommentare. Dann seid ihr automatisch in dem Clan. Mann, ich hasse Werbung von denen. So, Leute. Das sind die letzte hier. So, jetzt kapiert es einmal, erstmal alles rein. Was ist? So. Wir haben jetzt ja 28 Mots schon. Und ein paar davon sind mit FPS, Optifine, alle. Die kennt man eigentlich häufiger. Oh, nein. Oh, Seedworm, nice. Ja, man kann das Kürbis-Seeds losbekommen, aber Melonen sind lecker, also nehmen wir die rein. Ich werde meine Melonen aufbauen. Und Karotten und Kartoffeln. Und dann habe ich schon meine erste. Ja. Oh, das kommt ja wer. Ja, Hashtag Gamer Gang und Hashtag Team Melone. Hashtag Team Melone. Ja, also es guckt auf jeden Fall noch niemand anders zu. Geht auf jeden Fall klar. Ich kann eigentlich auch was machen, was ich aber nicht machen werde. Denn ich habe... Na gut, ich zeige es euch mal. Oder? Ah, ich zeige es euch. Ich habe hier was Privates, was man vor allem nicht sehen darf. Also... Ich habe hier ein Plus-Dex M-Launcher. Ich muss mal kurz hochfahren. So. Gut, gut, gut. Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Ja, Leute! Es gibt den Schlotz. Geil! Guck mal, hier, da unten habe ich so ein... Ich glaube, du... Dann muss ich das noch reinlegen, die Entfernt-Taste drücken und dann ist das Ding für immer weg. Ja! Oh Gott. Ja, Sexist-Player. Mein Style, euer Style. Alles stylisch. So. Woke-Like-Dungeon brauche ich unbedingt jetzt eigentlich nicht. Wir haben jetzt diese Enchanting-Plus-Mob drauf. Ja. Dieser ist, zeigt, ist das... Da ist klein. So. Das wird so ein halbes Stundes-Stream. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 34! Ja, haben wir schon eine Stunde. Hast du noch was geschrieben? Ja, nee. Gott. Gucken wir doch mal rein. Hm. Ja, falls es ruckelt, schreibt einfach nicht in die Kommentare. Es ist auf gelb, also es kann ein bisschen ruckeln, Leute. Aber... Solltet ihr wohl... Ich bestimmt nicht... Ja, ihr sollt da nicht auf die... auf die Rupps... Ruppler konzentrieren. Und das Penzer dann matt. Troll ganz matt. Hier sind irgendwie nur noch zwei... Ups. Ja, ja. Guck mal. Dieser, guck mal. Ich hab den Mod, den Flo hat. Hier vorne. Mache ich trotzdem nicht rein. Ich stürze mein Spieler. Das weiß ich. Ich hab das jetzt mal ausprobiert. Ging überhaupt nicht. Einfach rausgeschmissen worden. Das... Das find ich nicht mal lustig. Nee, leider. Denken Sie jetzt... Ich würde mich jetzt... Ach ja, ich hab da auch noch dieses... Ähm... dieser, guck mal. Melon Pants. Die Melon Pants. Die Melon Pants 2000. Ja... So eine Minute oder ein paar Sekunden Verzögerung habt ihr bei mir. Man geht eigentlich klar. Wenn ihr noch eine höhere Verzögerung habt. Dann... So, Leute. Da sind wir am Ende. Jetzt wollte ich euch das zeigen. Trotzdem fortfahren. So, Leute. Ihr seht ihr. Ja, ich hab hier so eine Art Handy. Ihr könnt es sehen. Ich kann mir hier verschiedene Spiele installieren. Ja, ich kann mir verschiedene Spiele auf meinem PC installieren. Die kostenlos sind. Und ich kann die hier drauf einfach spielen. Ist das nicht eigentlich geil? Na, es geht eigentlich... Ja... Ich hab euch jetzt mal... der Mühn der Asport... Oh? Was mit dem... Oh Gott. So, jetzt wollte ich mal gucken. Hab ich die mal... die mal drinnen... den... Ja, den Sa... Saeros... mein... Minimap. Ja, das ist halt sowas. Damit kann man... Ach ja. Oh Gott. Oh ne, ich mochte es ja gar nicht. Kann ich ja einfach den installieren. Oh Gott. So, ich nehm jetzt mal hier den Modsordner in die Hand. Minecraft. Mods. So. Dann tun wir das hier automatisch rein. Zum Bereich des Mods. Dieses Mal... Jetzt starte ich mal Minecraft. Das kann eigentlich aus. Und... Das muss noch anlassen, aber... das kann so bleiben. Leute, wir haben die ersten Kasten. Lisa, wie meinst du das, wenn ich Kasten kopiere? Sag mir das mal. Oder meinst du jetzt die Melonpens? Die Melonpens... Dome ist im Melonpens. Oh. Streamzustand. Ist okay, Leute. Gut, die übertragten. Streamzustand. Ja. Oh. Hier gab es schlecht nicht unbestimmt. No, der darf kein Aktiver. Ja, Leute. Jetzt ist Meintracht da. So, Leute. Ich werde euch jetzt so in den Spiel reinbringen. Oh, nein. Oh. Es fehlt was. So, leider. Ich brühe euch mal ganz kurz wieder in die Bildschirmaufnahme. Zack. Ich muss noch einen Mod installieren. Ihr habt es schon gesehen. Mel... 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 So, da haben wir den Mod. Den habe ich den Korb unbedingt noch vergessen. Das finde ich nicht mal schön. Erstmal... Zumachen. Zack. So. Ja, also. Ja, habe ich den auch noch vergessen. Ich hoffe, dadurch mit jetzt nicht das Minecraft ab. So. So, also Streamzustand ist eigentlich sehr oft. Achso. 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 jetzt jetzt gucken wir mal in mein guft rein wir haben 19 den 06 will es guck mal kurz ich kann ja auch nur zwei ein paar Wochen bei sich hin so und jetzt jetzt gucken wir mal in Minecraft rein ach du wolltest es nur erwähnen Maclip jetzt muss ich so machen Maclip Maclip vor 1.10 warum stehen da immer diese Mann die ich so das muss noch offen lassen wie das Live-Dashboard da ich kann jetzt nicht rausgehen weil sonst habe ich ein Problem so gut gut gott 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 ich schall mir langsam die Ohren aus jetzt hoffe es klappt alles gut so 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 Minecraft startet ich gucke erst mal danach ob das überhaupt geht ok 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 und ich kurz und ich kurz ok 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 Leute!